Hallo, jetzt probier ich's doch mal aus. Ne, das ist schlecht. Egal. Ne, ich mach nochmal. Ganz normal. Das geht jetzt ganz flott. Hallo, da draußen an den Empfangsgeräten. Wir müssen ja noch unser Gewinnspiel beenden. Ne, stopp, auffallt. Also wir haben unser Gewinnspiel beendet zu Dragon Ball Z. Resurrection F. Lach nicht. Da haben wir ja diese schönen Figuren haben wir verlost. Zwei, also den und den. Das hier ist Freeza, wer ihn nicht kennt, weil er golden ist und das ist Son Goku. Der sieht auch ein bisschen anders aus, weil er andere Haare hat. Das liegt aber daran, dass es nicht zu Dragon Ball Z direkt ist, sondern halt zu dem Film Resurrection F. Und der kommt, das weiß man jetzt auch seit kurzem übrigens, das ist ganz interessant. Der ist ja hierzu dann noch gar nicht raus. Und trotzdem haben wir schon diese Figuren. Ist gar nicht schlecht. Eigentlich sind wir am Puls der Zeit, ja. Das klingt auch doof. Egal. Ich mach nochmal von vorne. Wir haben neulich ein Dragon Ball Z Gewinnspiel gehabt und haben damit diese beiden schönen Figuren verlost und das Gewinnspiel haben jetzt beendet und gewonnen hat eine Lisa Marie B. Aus B. Nochmal. Und die bekommt jetzt diese beiden Figuren. Adresse habe ich schon. Habe ich von deinen SA bekommen und das schicke ich jetzt gleich los. Berlin? Ne. Nicht Berlin? Ne. Willst du nochmal raten? Darf ich raten? Ja bitte. Ist eine Großstadt, die man erraten könnte. Also Großstadt ist jetzt so... Brandenburg Stadt? Brandenburg City? Oder Potsdam? Potsdam? Ne, Potsdam? Bölln? Brandenburg City? Bündchen? Budgat? Ist lustig. Bündchen? 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 B